Mein Gott, was würde ich nur darum geben, einmal 16 Stunden im Stau stehen zu können. Stellen Sie sich das mal vor. Keine Verantwortung, kein Infektionsgeschehen, die ganze Zeit daddeln auf dem Handy, keine Familie und Suppe umsonst. Diese gottverdammten Glückspilze. Nein, nein. Sehr verehrten Damen und Herren und natürlich wie immer divers, noch nicht Schicht, pflügt wieder den Acker der guten Laune und pflanzt auch ein Lächeln in Ihre Krume. Puh, das hört sich wirklich nicht in Ordnung an. Naja, ich bin auf jeden Fall der Sebastian Puffpuff, das geleckte Kalb und heute für Sie die Pharma-Onkel Puffi, der Landwirt Ihres Vertrauens. Oh, heute war es wieder soweit. Corona-Stichtag. Die neuen Maßnahmen wurden uns mitgeteilt. Das ist so ein bisschen wie kalendarisches Mordor, Miets und täglich grüßt das Murmeltier. So richtig was Neues kommt da ja nicht bei rum. Man ist dann direkt schlecht gelaunt. Da finde ich die Schweizer besser. Ach so, die Schweizer Gudeabich an dieser Stelle, die nennen das Ganze einfach Corona-Gipfeli. Und das ist süß, das ist sympathisch, da fühle ich mich direkt in den Arm genommen. Ja, und wir hatten halt den Corona-Gipfel. Von der Erwartungshaltung ist das so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, nur es gibt keine Geschenke. Wobei, nee, noch schlimmer, es gibt Geschenke, aber die Geschenke, die es gibt, die will kein Mensch haben. Ja, was sind jetzt unsere Geschenke? Es geht bis in den März. Friseure können wieder aufmachen. Ja, das ist ja super. Endlich habe ich wieder eine Freizeitbeschäftigung. Ich freue mich schon auf die rote Strähne hier vorne im Haar. Ja, das ist ganz, ganz toll. Ja, und mit den Schulen, so wie immer. Im Grunde genommen machen die Länder, was sie wollen und dann die Schulen untereinander auch. Und wer ist der Gearschel? Die Kinder. Na toll, es ist so wichtig, Konstanten zu haben. Dann beschäftigen wir uns doch lieber mit anderen Fragen. Wie zum Beispiel, wie komme ich eigentlich an so einen Bitcoin? Und wo sind meine Milliarden, damit ich den bezahlen kann? Ist auch nicht das richtige Thema. Wie wäre es denn dann mit The Who? Die haben einen neuen Superhit. The Who war wieder bei The Where und fragte The What. Sie fragen sich, was ich hier gerade erzähle. Folgendes. Die WHO war doch in China. Die wollten doch herausfinden, wo kommt dieses Virus denn jetzt in Wirklichkeit her? Virus Conny Känsel. Genau. Und da hat China natürlich die Türen weit aufgemacht und die Freunde empfangen und alles. Wirklich alles offen hingelegt. Auch hier diese Ansage, die sie mal gemacht haben. In Wirklichkeit kam das hier von den westlichen Industrieländern als Tiefkühlprodukt. Haben sie alles nicht gesagt. Sie hatten alles offen liegen. Also was man halt so offen rumliegen lässt, wenn gute Freunde kommen. Und dann haben die Forscher auch nichts gefunden, weil ja alles da war. Die standen dann hinterher jetzt nach dieser vierwöchigen Schlemmerreise beisammen. Und von diesem Abschlussbild, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, das hat mich so ein bisschen an die FIFA erinnert. Sehr gut gelaunt, viel so im Arm gelegen. Ich hatte das Gefühl, ach guck mal, haben die auch gerade ihre Geschenkkörbe mit den Alimentationen bekommen oder was? Nein, ist nur Spaß, ist ja Satire. So sagte auch der Leiter des Forschungsteams, man habe keine dramatischen neuen Erkenntnisse gewonnen. Das war übrigens Peter Ben Mbarek, hat nichts mit dem Schauspieler zu tun. Außerdem sagte er, aber man habe bestehendes Wissen vertiefen können. Äh, toll. Keine Erkenntnisse, aber Wissen vertiefen. Hört sich an wie das Fazit zum deutschen Homeschooling, oder? Wenn sie nicht aus einem benachteiligten Haushalt stammen. Benachrichtigt ist aber auch schön. Sie werden als Haushalt benachrichtigt, dass sie benachteiligt sind. Das wissen die auch so. Naja, also nochmal zurück zu den Wissenschaftlern, die nichts Neues wissen, weil sie halt mehr oder minder, ich sage jetzt mal, betreutes Schauen gemacht haben, ist wie Netflix, nur mit Doktortitel. Die haben jetzt herausgefunden, es stammt von einer Fledermaus. Das wusste ich doch. Ja, aber es geht noch weiter. Jetzt haben die wohl herausgefunden, es gab einen Zwischenwirt. Zwischenwirt, super Wort. Kriege ich sofort Speichelfluss, weil ich denke, ist doch eine Kneipe. Nee, ist ein Überträger. Auch nicht der Hermesbote. Das ist ein Überbringer. Also ein Überträger kann alles sein. Wie zum Beispiel eine Türklinke, Wuffi oder halt ein anderer Mensch. Ah, schade. Also wie ist denn der wissenschaftliche Stand? Aha! Onkel Puffi hat ein Schaubild. In echt, passen Sie auf. Es gab mal eine Fledermaus. Juhu! Die lebte irgendwo da draußen. Und diese Fledermaus, weiß ich nicht, entweder hat die sich nicht richtig sauber gemacht oder sonst noch was, hatte leider, und jetzt kommt's, passen Sie auf, ein Virus. Können Sie sich erinnern? Breezy, die Handpuppe für pädagogische Zwecke, hab ich mir bestellt. Hallo Breezy! Hallo! Ich komm mir vor wie ein schlechter Sascha Krabbel. Also, die Fledermaus hatte jetzt die Breezy. Äh! Und dann kam halt ein Mensch vorbei. Dummdi-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Und sagte, ey, lecker, eine Fledermaus. Dumm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Was macht das Drecksvirus? Hüpft einfach auf diesen Menschen. Jetzt haben die aber herausgefunden, vielleicht gab es einen Zwischenwirt, nämlich Faktor X. Und wer war das? Das wissen die immer noch nicht. Wer war das? Man weiß es nicht. Ich bin so gut, ja. Also im Grunde genommen ist es eigentlich auch egal, weil das Drecksding mutiert ja auch die ganze Zeit. Jetzt haben wir schon die Mutante der Mutante. Ist das dann eigentlich dein Mu-Onkel? Ha, ha. Naja, gut. Also, das ist der Stand der Wissenschaft. Er bringt uns nicht wirklich weiter. Aber mein Gott, es gibt ja Wichtigeres zu klären. Ach so, heute wollte ich auf was ganz Besonderes noch aufmerksam richten. Aufmerksamkeit lenken. Aufmerksamkeit. Man, dieses Virus, es geht ja auf den Kopf. Also, Sie sollen Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes richten. Denn es ist Tag der Kinderhospizarbeit. Und damit möchte ich sagen, es gibt da draußen wundervolle Vereine und Institutionen, die kann man unterstützen. Sollten Sie sich manchmal wiederfinden auf dem heimischen Sofa und Ihre Bitcoins kullern einfach aus Ihrer Hosentasche. Und Sie denken sich, weil Sie dieses Klops genannte Herz da verspüren, wem könnte ich denn einfach mal was Gutes tun? Dann spenden Sie doch einfach ein bisschen Geld an die ganzen Vereine, die auch da draußen unterwegs sind und helfen. Wie zum Beispiel der Kinderhospizverein oder SeaEye oder SeaWatch oder Greenpeace oder die Neven Subotic Stiftung. Es gibt ganz viele tolle Vereine. Spenden Sie. Das Beste ist, man kann es auch in Jogginghose machen. Das wollte ich nur noch einmal sagen. Achso, und noch eine Sache. Wenn das mit den Schulen jetzt wieder losgehen sollte, bitte denkt vorher drüber nach. Ich weiß, bis Montag sind es ja nur noch fünf Tage. So, und zwei Tage fallen ja schon flach, weil da ist Wochenende. Und ein Tag ist ja im Grunde genommen auch schon weg, weil das ist ein Brauchtumstag. Und heute zählt ja auch nicht mehr. Bleibt eigentlich nur noch ein Tag übrig. Nutzen Sie diesen Tag. Nicht, dass so die Zukunft unserer Kinder aussieht. Spaß gemacht. Kommen wir zum Zitat. Heute Kant, eher so ein leichter Schmöker. Die Kritik der reinen Vernunft. Und darin heißt es, es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht zu wissen, was man vernünftigerweise fragen sollte. Wahre Intelligenz ist es also, Fragen zu stellen. Und sollten Sie sich fragen, wann kommt noch die Schicht wieder? Morgen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020